Deiner, Alter, ja, Jungs! Deiner, ey, komm! Deiner, ey, komm! Was, viele schießen, nur drei Turrets, willst du mich verarschen, Alter? Digga, ich komm nicht mal rein in den... ...Ofter oder die Sicht, Digga. Digga, ich werd so genockt, weil du kommst da so nicht mal im Moment. Ich bin nicht mal drinnen. Ja, sie haben die Turrets gechanged, Digga. Ja, alle Turrets gechanged, Digga. Bin durch. Bin tot. Bin durch. Alle Turrets, die B! Doch, hier, die Turrets. Schmeiß aus! Digga, was, ey, ich war alle am Cap'n, Digga. Ihr renntet irgendwas nicht. Ihr renntet irgendwas nicht. Ihr renntet was am Cap'n, oh mein Gott. Drei Turrets schießt da. Das ist genau die, das schießt drei Turrets und dahinter ist gar nichts mehr. Wir haben nicht gewusst, was dahinter ist, der fünften Mal. Das haben wir auch gesagt. Oh, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Ich bin drin! Promi! YouTuber Dank! Lauf, 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 lauf! Promi, geh die Schwindigkeit aufhauen, je axl! Any fact, Mattimon. Egal, komm jetzt. Komm jetzt durch da, Promi! Beheiße das nicht die ganze Underworld! ... �iniz! Digga, warum ist da alles offline los? Nee. Nee, oder? Wir sindazi wirklich grad in die fucking Underworld. Oh, jetzt holc'n Jenny, eh, Promi und Elements aus dem Jenny raus. es ist aber leer Digga was will Loosen? Wallern gucken oder so Unter mir scheiße Oh das ist da das Spiel auf Dijkans Stimmt dir das? Lol wir müssen relativ schnell gehen wir werden sonst einfach dings ich raus ich weiß nicht ich wusste nicht, ich war Valorant das Körper und dann Es gibt zwei hier Die Nase ist verstopft Ich kling wie ein Frosch